Es gibt Neues bei Edegan. Super. Station der Elites. Alter, man kann es auch übertreiben mit dem Boot. Also da hat wohl jemand Scheiße gebaut. Was passiert hier aber? Ja, Verteidigungsmechanismus. Was ist da los? Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Aber ich habe die Kontrolle über meine Drohne verloren. Anscheinend haben sie sich in den Verteidigungssystems angeschlossen. Es könnte sein, dass sie euch angreifen. Bitte seid vorsichtig. Dieses Level ist sehr unangenehm. Dieses Level ist wirklich sehr unangenehm. Hä? Dieses Level ist wirklich sehr unangenehm, Leute. Sehr, sehr unangenehm. Ich kann es halt auch... Ihr habt es gesehen, ich habe es zurückgestellt, aber... Warte mal, ich habe da eine Idee. Das ist aber so eine komische Idee. Okay, das kriegen wir hin. Das dauert viel zu lange. Weg damit. Komm mal. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch gut, Speed, ne? Oh, das war knapp. Aber wo ist jetzt... Achso, gab es nur einen. Boah, dieses Level ist so unangenehm wegen dem Scheißgeräusch. Das haben sie ein bisschen penetrant gemacht. Zu penetrant. Los, weg da. Also, Firma Chibik, das müsst ihr doch üben. Stationsaußerbetrieb endlich vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ihr seid einfach großartig. Ich habe es dank deiner Hilfe geschafft. Wir sind wie Erdbeeren und Schokolade. Was ist das? Wir geben eine fast fantastische Kombination. Paradies, äh, 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 was Piraten da sind, liebt euch wirklich, hm? Das ist tatsächlich gar nicht übel. Also, schließt euch schon so an. Ich denke drüber nach. Übrigens habe ich hier einen Brief für dich von Akaji. Von Akaji. Danke, Koa. Gern geschehen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Verabredung. Wir müssen weiter. Bis bald, Riccata. Hm, bis bald. Dieses Level war sehr unangenehm. Ich hoffe, davon gibt es nicht so viele. Meist Rennen wurde freigeschaltet. Okay. Warte mal. Quelle, es müsste doch hier gar nicht so weit weg sein. Hier. Ist doch in der Mitte. Dü, dü, dü. So, gibt es hier noch irgendwas? Nee, ne? Sieben. Eins brauche ich noch. So, dann mache ich erst mal ein neues Rennen. Boah, Station der Elits, ne? Oh, nein. 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 Einfach. No. Oh! So. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass es hier das Level 2 mal gibt. Oh, Mann. Ich dachte, ich hätte so eine schöne Abkürzung gefunden. Ich dachte, ich hätte so eine schöne Abkürzung. Oh, Mann. Man hätte hier so viel abkürzen können. Oh, Mann. Super. Ja, Mario. Genau. So. Muss man nicht jedes Mal sagen, dass ich zu Saimi muss. Wenn da alle... alle rennen... Ja, 99 Prozent. Das ist eigentlich soweit ganz in Ordnung. Oh, schade. Ich kann damit nicht interagieren. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Schade, schade. Schade, 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 schade. Und dann wird in Quelles alles wieder in Ordnung sein. Das ist gar nicht so wichtig. Städte verändern sich. Aber ich freue mich wirklich zu sehen, wie du die letzte Herausforderung bestehst. Du machst dir keine Sorgen um mich? Oder dass die Piraten nicht das zurückgeben, was sie gestohlen haben? Ich mache mir immer Sorgen um dich, Kleiner. Aber ich freue mich zu sehen, dass du Spaß hast. Jetzt gehen stelle ich zur letzten Prüfung. Die Winde Maras würden mit dir sein. Und noch mehr? Gib mir mal. Ja, Karte, wunderbar. Perfekt. Ja, Karte. Ja, Karte. Ja, Karte. Schalte alle Karten im Spiel frei. Ist doch super. Ja, Karte. Ja, Karte. Wir feiern. Dafür habe ich dein Lied vorbereitet. Nichts da. Kor und Opopo haben noch nicht alle Prüfungen bestanden. Was redest du denn da? Die bei der Station, die erledigt ist, war die letzte. Und ich habe dir doch schon gesagt, dass das gefährlich war. Ich weiß nicht, ob außer Kor und Apopo noch jemand in der Lage gewesen wäre, sie zu bestehen. Moment, was sagst du da? Wo die letzte Prüfung stattgefunden hat? In diesem giftigen Meer? Ja, Regatta. Tut mir leid. Ich habe völlig die Kontrolle verloren. Aber Kor hat das Ding von ihnen hochgejagt. Von daher... Was hat Kor hochgejagt? Hä, ihr könnt den Koloss auch nicht kontrollieren. Ihr konntet den Koloss auch nicht kontrollieren. Er hat versucht, sie zu zerquetschen. Das war unter Kontrolle. Kor und Apopo waren nie in Gefahr. Zudem haben wir nicht mit Kanonen auf sie geschossen. Das ist doch nicht dasselbe. Die Marine ist... Okay, das reicht jetzt. Meint ihr nicht auch? Können wir uns nicht alle mal... Können wir uns alle mal konzentrieren? Kor und Apopo haben sämtliche von uns entwickelnden Prüfungen bestanden. Aber es fehlt noch die wichtigste. Ihr müsst euch Grand Looms Höhle schleichen. Wer ist das? Der König aller vier Himmelsrichtungen. Der Kapitän aller Besatzungen. Der gefährlich... Der gefürchteste Pirat. Grand Loom. Herr Echo Grand Loom ist doch vor langer Zeit gegangen. Er und Herr hatte seine Gründe. Wenn er niemandem gesagt hat, wo er ist, dann weil er nicht gefunden werden will. Aber ich habe ihn gefunden. Das Ergebnis einer langen, ausführlichen Ermittlung. Und Kor und Apopo wissen ebenfalls, wo er ist. Ja, das auf meiner Karte markiert. Herr Echo, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Weißt du nicht mehr, wie er reagiert hat, als wir während des Wachdienstes eingeschlafen sind? Ehrlich gesagt bleibt er wohl besser, wo er ist. Er war ein toller Käpt'n. Wir brauchen ihn zurück. Hör nicht auf sie, Kor. Ich wette, du wirst Grand Loom mögen. Aber seid ihr bereit, Pirat zu werden? Das ist die richtige Einstellung, kleiner Käfer. Übrigens, da drin befindet sich etwas, das mir ziemlich wichtig ist. Und wenn du in Grand Looms Höhle etwas verloren hast, warum gehst du nicht selbst hin? Weil das eine Prüfung für Koa ist. So wird sie offiziell zur Piratin. Ja, und Apopo, du auch. Außerdem habe ich Angst, dort hinzugehen. Warum? Das ist kompliziert. Würdest du mir meine Sonnenbrille bringen? Das ist der Beweis, dass du die Herausforderung abgeschlossen hast. Natürlich. Ich glaube nicht, dass Grand Loom so schrecklich ist, wie er sagt. Nein, überhaupt nicht. Aber wenn du meine Sonnenbrille beschaffst, wäre das toll. Ich warte am Ausgang. Viel Glück und noch eine Sache. Bestell den Grüßen von mir. Ich weiß nicht, der Echo ist nicht nett. So, aber ich würde tatsächlich gerne noch mal was fertig machen. Hier, unten. Da kriege ich bestimmt das letzte Dingsbumsteil her. So, das sieht doch alles ganz gut. So, das sieht doch ganz gut aus. Hier gibt es nur eine Sache zu finden. Das bedeutet, ich hätte mich gar nicht hier... Oh, komm schon! Die scheiß Brücke. Ja, lass uns losgehen! Ja, ich weiß, das kam sehr verzögert. Ich bin halt nicht mehr der Jüngste. Ist dir hier nicht kalt? Hallo, Koa. Ein bisschen, aber das gehört zum Leben eines Abenteurs. Hast du diese Ruin gesehen? Meine Notizenfolge entstand hier mal ein Tempel. Das heißt, jemand hätte das mehr wütend gemacht. Der Sturm kam und zerstörte alles. Seitdem wollte wohl jemand in die Nähe dieser Insel kommen. Ich habe das hier in den Ruinen gefunden. Nimm es, vielleicht ist es noch nützlich. Yay? Ja, easy. Easy peasy, lemon squeezy. So, das mache ich doch mal. So, Fässer haben wir fast alle. Wale brauchen wir auch noch ein paar tatsächlich. Müll gerät mir ins Getriebe. Triff Onzo, finde alle Getriebe. Oh, das ist ein schönes Boot. Anstrich. Achso. Anstrich. Ich wusste nicht mehr, wie ich dein Boot noch weiter aufbessern konnte. Also habe ich es angemalt. Das ist total cool. Das würde Jaja gefallen. Super. Kauf alle Aufwertungen. Wunderbar. Also müssen wir tatsächlich nur noch nach da vorne. Wir haben ja alles. Ein paar Fässchen müssten noch da sein. 23 von 25. 24 von 5. Warum habe ich jetzt... Da habe ich jetzt das 25. Fast herbekommen. Super. Kandlooms Höhle. Finde alle 25 Fässer im Meer. Scheint niemand hier zu sein. Hm. Ja, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Egal, gehen wir. Warte. Fange alle 5 mal aus dem Meer ab. Das ist schon gemein. Waren wir aber beim nächsten Mal, Leute. Hehehe, tülü. Tülü.